Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 18. Oktober 2017 Vier der Kelche Was vermittelt uns heute diese Taro-Energie? Wir zweifeln an uns. Wir sind traurig. Und dadurch sehen wir nicht die Chancen und unsere Möglichkeiten, was das Leben bietet. Und es ist in unserer vertrauten Umgebung. Wir sollten nur eine andere Körperhaltung haben und auch die Augen öffnen und diese Chancen und Möglichkeiten auch sehen. Also wir dürfen nicht aufgeben. Das kann auch bedeuten, dass diese Traurigkeit von Vergangenheit kommt. Und es ist wichtig, weil das kann auch ein Hindernis sein. Die Vergangenheit abschließen und hier und jetzt sein und dann die Möglichkeiten auch wahrnehmen. Diese täglichen Taro-Energie ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, in welchem Energiefeld Sie befinden? Und welche Richtung soll das gehen? Was soll der nächste Schritt sein? Und da ist oft ein guter Rat Gold wert. Und dazu eignet sich ganz gut ein Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Das funktioniert per E-Mail. Sie schreiben mir Ihre Situation. Sie können gerne ausführlich schreiben. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.com Und ich beantworte diese E-Mail persönlich, natürlich, blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist wirklich Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.